herzlich willkommen zu einem neuen youtube video von mir hier bei your next hotel mein name ist christopher und ich war mal wieder für euch unterwegs und zwar in der türkei in siede und ich werde ganz oft in den kommentaren gefragt was denn eigentlich das beste hotel in der türkei ist und meines erachtens gibt es nicht das beste hotel denn jedes hotel besticht durch etwas anderes einzigartiges und die wahrnehmungen hierzu sind auch ganz subjektiv und ich möchte euch aber dennoch heute meine ganz persönliche top 5 rangliste vorstellen let's go los geht's mit platz 5 dem crystal sunrise queen luxury resort spa das crystal sunrise queen luxury resort spa verfügt über 514 zimmer die terrassen artig übereinander angelegt wurden die pool landschaft mit wasserfall und der darunterliegenden bar sowie der restaurant terrasse sucht seinesgleichen in siede mein persönliches highlight war diese außergewöhnliche und auf vielen verschiedenen ebenen erbaute hotelanlage die mich an reisterrassen erinnert labyrinth artig gibt es in diesem hotel stets etwas neues zu entdecken und durch die verschiedenen ausbuchtungen ergibt sich immer wieder ein neuer blick auf die hotelanlage sowie das offene meer reisterrassen wie auf bali in siede sollen es werden dann klicke nun hier oben rechts um mehr über das hotel zu erfahren weiter geht's mit platz 4 dem idem bay kings palace and spa das idem bay kings palace and spa verfügt über 359 zimmer und liegt direkt am feinen sandstrand in siede das fünfsternehaus gehört zu den spitzenhotels an der türkischen rivera in der kompakt gehaltenen anlage findet ihr euch schnell zurecht und könnt somit die gesamte vielfalt des hotels nutzen mein persönliches highlight in diesem luxuriösen hotel war die kulinarische vielfalt in keiner meiner bisher bereisten hotels konnte ich so gut schlemmen wie im idem bay kings palace alle feinschmecker unter euch lasst euch diesen gourmet tempel auf keinen fall entgehen bist du auf den geschmack gekommen dann klicke nun hier oben rechts um die anlage ausführlich zu entdecken vermutlicherweise wirst du gerade auf hotelsuche sein und ich weiß das kann manchmal ganz schön anstrengend sein deswegen schaut auch gerne mal meine youtube kanal seite durch vielleicht entdeckt der ein oder andere von euch ein hotel das dann letztendlich dein nächstes sein könnte und es wäre super würdet ihr mich unterstützen indem ihr mich und meinen kanal abonniert und alle weiteren infos findet ihr dazu in der video beschreibung vielen dank und schon sind wir bei platz 3 dem royal dragon hotel das royal dragon ist eines der beliebtesten hotels in siede und verfügt über 564 zimmer es wurde im asiatischen stil erbaut und die spiegelt sich im gesamten hotel wieder das dragon verfügt über einen hauseigenen aqua sowie freizeitpark den es sich mit dem schwesterhotel dem royal tajmahal teilt mein persönliches highlight des hotels war die beeindruckende 100 meter lange pool landschaft über die ein steg vom hauptgebäude bis hinunter zur strandpromenade führt ein hauch von asien in siede dann klicke nun hier oben rechts um mehr zu erfahren platz 2 auf meiner persönlichen rangliste gehört dem club grand siede der club grand siede verfügt über 540 zimmer die sich auf 22 gebäude verteilen dadurch lädt dieses palmengesäumte resort zu wunderschönen abendlichen spaziergängen ein herzstück dieser anlage und damit auch mein persönliches highlight war der auf über 14.000 quadratmeter groß erbaute aquapark amazon water world unzählige rutschen ein großes wellenbad ein strömungskanal sowie ein lazy river in dem man sich treiben lassen kann sorgen für wasserspaß ohne ende ein aquapark der superlative für deinen traumurlaub dann klicke nun hier oben rechts um das resort zu erkunden und platz 1 gehört bei mir dem tui magic life chakaranda das tui magic life chakaranda begrüßt euch mit 781 luxuriös ausgestatteten zimmern wovon einige swim up zimmer sind von diesen habt ihr die möglichkeit direkt ins kühle nass zu springen besonders bei sport begeisterten urlaubern sollte hier das herz höher schlagen da dieser club über ein vielfältiges aktivitätenprogramm verfügt mein persönliches highlight war das allabendliche unterhaltungsprogramm die aufwendige bühnen inszenierung mit lichttechnik und laser show sind für mich mit keine von mir bisher gesehenen hotel vergleichbar let me entertain you soll deinen urlaub bestimmen dann klicke nun hier oben rechts um mehr zu erfahren das waren nun meine persönlichen top 5 aussiede was sind denn eure top 5 schreibt es mir gerne in die kommentare ich hoffe das video hat euch gefallen lasst mir sehr gerne einen daumen und abo da und freut euch auf noch ganz ganz viele weitere videos hier bei yournex hotel ciao